Es kann ja mal passieren. And my heart goes boom, boom, boom. I need no doctor treating me, no, no, no. I need no personal therapy, no, no, no. My brain might work some, but that you think for me. I don't need more swing, it is coming back to me. Then I'm with you, baby, I feel less confused. And my heart goes boom, boom, boom. And my heart goes boom, boom, boom. Hey! I need to cross to seven seas, no, no, no. I need to ride the best piece, no, no, no. I don't want to play around 37 strings. I don't want to die alone, no rich, none of me. Then I'm with you, baby, I feel less confused. And my heart goes boom, boom, boom. And my heart goes boom, boom, boom. And I need a heart. Mmm, I need a heart. Komm, einer geht noch. Yeah! 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 My heart goes boom in the room. My heart goes boom, 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 boom. My heart goes boom, boom, boom. ..ein die Wirkung von UNTERTITELUNG Yay! ....ich in der Kirche Wie heißt du? Patricia! Heißt du dich? Ja! Du bist weiter Ja Du bist in meinem Team Ja Ist ok? Ja Ja, okay. Wie alt bist du? 12. Ladies and Gentlemen, Patricia hier ist 12 Jahre alt und hat die beste Songauswahl getroffen, die es jemals gibt. Mit einem Lied gesungen von Miss Lee. Wie geil ist das denn? Voll gut! Soll ich mal ein Foto von euch machen? Ja! Kannst du mir ganz kurz sagen, wie das geht hier? Ja, natürlich. Ich hab meine Brille nicht auf. Ernsthaft? Kannst du mal das Foto machen? Scheiße. Warte. Erstmal an mir einen, ne? Oh nein! Oh bitte! Hast du jetzt ein Foto gemacht? Wollen wir erst mal eins von uns machen? Nein, du hast es doch gerade. Sag mal, ich glaub, es ist keins mehr drin hier. Entschuldigung. Äh, er war's? Null. Ich war doch nicht, das war jemand anders. Ich hab gesagt, ich hab meine Brille nicht auf. Ich, ich mal, ich mal ein Bild. Ist doch kein Problem, ich mal euch einfach beide. Dankeschön. Voll das schöne Foto. So, ich mein, ist nah dran. Du kriegst noch ein richtiges gleich. Hallo, bitte! Guck mal, wer da ist. Yay! Du kannst so stolz sein. So toll. Das wird super. High Five. Ich freu mich total und bin einfach nur glücklich, dass ich weitergekommen bin. Ja! Lena, da hast du doch mal einen Lauf. Ich hab einen Lauf, ne? Wie fühlt sich das an? Ich neul für dich, ne? Sehr gut. Fühlt sich sehr gut an. Echt? Ach ne, ist das schön. Ich glaub, es hat dir ganz gut getan. Ich gön's dir doch. Oh, ich komm nicht mehr dran. Schade. Ich hab einen Lauf. Ich hab einen Lauf.